Hallo! Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Wir haben uns in Berlin jetzt kennengelernt. Wir sind jetzt in Berlin. Wo sind wir jetzt ganz genau? Dürfen wir das Video für YouTube verwenden? Erzählen Sie mal, woher kommen Sie? Tschechei. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Roman. Und wie alt? 37. Was machen Sie hier? Ich fahre in Europa. Meine Wohnung ist Berlin. Ich spiele hier in Darmuka und Djembe. Und oder malen. Bitte? Oder malen. Malen ist hier. Einmal Flaggen oder Gesicht. Ah, Sie malen auf der Straße? Ja, ja. Oder ich bin normal Baumeister. Jetzt spielen Sie ja, jetzt machen Sie ein bisschen Musik. Nicht schlecht! Haben Sie in Tschechei auch Musik gemacht? Ja, ja. Aber nur in Prag. Nur in Prag. In Prag gibt es viele Leute. Ich bin in Ostrau. Aber in Ostrau, nur Leute, nur Leute. Haben Sie Frau, Kinder? Kein Thema jetzt. Ja, meine Frau ist eine Monate zurück tot. Ah, tot? Ja, ja. Und mein Beileid. Scheiße. Alles gut. Und haben Sie jetzt Wohnung? Nein, nein, nein. Squatting. Squatting ist ein Haus. Keine Leute, ja. Elektriker, alles, ja. In ein Heim? Nein, 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 nein. Hier ist Wohnung, ja. Aber Leute, die nicht wohnen hier 20 Jahre, ja. Nur die Stadt. Die Stadt muss verkaufen, ja. Ich wohne. Kein Problem in Berlin. Die Polizei sagt, deine Probleme. Nicht meine Probleme. Aber jetzt ist normal Bauernhürte. Besser. Was haben Sie für Ziele? Was haben Sie für Pläne? Mein Ziel? Mein Ziel ist normal. Für 40 Jahre normal fahren wir in Europa und später arbeiten. Ja? Ja. Und ich mache eben die Kamera kurz ab. Ja. Wie viel machen Sie hier so pro Tag? Wie viel Geld? Normal? Ja. Ich spiele eine Stunde 30 Euro. Eine Stunde 30 Euro? Aber Sommer? Sommer normal. Ich mache Flaggen. Das viele, viele Geld. Eine Woche. 1.000 Euro. Ja? Und was machen Sie dann mit Geld? Ist ja gutes Gehalt. 3.000, 4.000 Euro im Monat, ne? Ja, im Sommer. Im Sommer. Jetzt alles Familie. Alles. Alles. Ich kaufe nur Handy. Familie für Kinder jetzt? Für Kinder, für meine Mutter, meine Schwester. Für die Tscheche nicht Geld. Weil du. Also. Ich kaufe Spätchen für alles. Handy für meine Vati. Alles, ja. Wann haben Sie Ihre Familie das letzte Mal gesehen? Meinen Namen Familie? Wann haben Sie die gesehen, Ihre Mutter das letzte Mal? Schindler. Wann haben Sie sie gesehen? Wann? Zwei Wochen zurück. Ach so. Und normal 17 Jahre zurück. Aha. Oh, Sie haben ja vor zwei Wochen die gesehen und davor 17 Jahre. Das ist aber extrem lange. Ja, ich telefoniere alles. Nein, ich habe Probleme mit meinem Vati, weißt du. Ich bin für 28 Jahre, ja. Fahre weg. Meine Mutter kontakt, meine Vati nicht kontakt, aber jetzt. Warum haben Sie Probleme mit Ihrem Vater? Vati trinkt Alkohol und alles. Ich sage nein, 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 nein. Und Sie trinken keinen Alkohol? Nein, nein, nein. Ich spiele Fußball. Viele, viele spiele Fußball. Später Operation. Aber ich trinke nur Radler oder Mirinda. Aha. Okay. Ich trinke die Straße. Wie viel? 15 Jahre ich nie trinke Alkohol. Nicht Drogen, nicht trinke Alkohol. Alkohol scheiße. Nehmen Sie keine Drogen? Nein, nein, nein. Warum sind Ihre Zähne kaputt? Zähne kaputt? Warum? Ist Drogen 15 Jahre zurück. Drei Jahre. Ah, damals haben Sie... Ja, ja, ja. Was haben Sie denn genommen? Tschechein? Tschechein. Tschechein, ich habe, weißt du, Periwitin, ja. Periwitin? Ja, ja, aber warum? Ich bin... Äh... Erste drei Jahre Straße, weißt du, kein Geld, weißt du, aber mein Kopf nicht funktioniert. Später... Später alles gut, weißt du. Und wie sind Sie davon losgekommen? Haben Sie Medikamente genommen? Ja, ja. Ich bin dann normal. Ärzte. Aber das ist Ärzte nicht gut. Hier ist alles gut. Ich am besten für mich. Fahre... Fahre andere Stadt. Nicht meine Freunde, nicht alles, ja. Und arbeite. Am besten arbeite. Und wie viel Geld haben Sie zum Beispiel gestern verdient? Gestern? Ich jeden Tag brauche maximal 20 Euro, 15 Euro. Also, aber Sie machen... Wie viele Stunden sitzen Sie heute schon da? Ich? Wie viel? Eine Stunde plus minus. Eine Stunde? Ja, ja. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben? Bitte? Was ist das Wichtigste im Leben? Richtiges Leben? Also, was ist das Wichtigste im Leben? Ja, ich weiß. Richtiges Leben ist... Hey, richtiges Leben ist nicht existent. Viel Geld ist nicht gut. Weniger Geld ist nicht gut. Hey, hier ist es am besten für mich. Hey, guck mal. Ich bin am besten für mich. Gucken, Leute. Warum ist viel Geld nicht gut? Nicht gut Charakter. Hast du einen falschen Freund? Ja. Wo haben Sie denn das Geld gehabt? Woher? In Deutschland. Große Budobe. Sekunden sage ich, alles Kabel, Koffer weg. Alles meine, ja. Koffer? Koffer, ja. Also, Sie haben ein Haus abgerissen? Jeden Tag, Minimum 200 Euro, ja. Okay. Jetzt viele Freunde, da oder so. Ich, ja. Geld, Geld, Geld. Aber später alles. Komm, maximal viele Leute, ja. Ja. Geld, alles. Nein, 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 nein. Wie viele Jahre sind Sie jetzt in Deutschland? 15. 15 Jahre? Ja, 15 Jahre. Ist Berlin eine gute Stadt? Am besten. Am besten. Was lieben Sie an Berlin? Berlin, Leute. Leute lachen alles. Leute? Nicht lachen. Trinken Bier, anrufen Polizei, anrufen alles. Hier. Komm mal gucken. Du komm mal hier. Normalerweise fragen. Tschechien nein. Oder Dresden. Oder Espanien. Oder Italien. Oder Frankreich. Leute Angst. Ja, jetzt. Drei Jahre zurück Angst. Ja, viele Arabischen. Aber jetzt alles gut gucken. Normal. Tschechien nur Problem. Alles Problem. Ja, nicht. Leute. Ich bin hier in Berlin. Ich habe zwei Freunde. Tschechien habe ich nicht Freunde. Alles falsch. Alles falsch. Nur zwei Jahre gut. Aber Berlin ist gut. Wollen Sie jemanden grüßen in die Kamera? Hallo sagen für jemanden? Hallo. Hippies. Hippies? Ja, das sind meine Hippies am besten. Weißt du. Sie grüßen alle Hippies? Ja, Hippies. Konsumieren Sie Marihuana? Jetzt? Einmal in die Woche. Für mich ist alles nicht gut. Marihuana. Ja, viele Freunde. Alter Freunde. Oder nicht. Oder nein. Nein, nein. Das ist... Macht Marihuana psychisch kaputt? Nein. Das ist jetzt Frage. Macht Marihuana psychisch kaputt? Nein. Nein? Nein. Viele Leute nicht psychisch kaputt. Viele Leute Marihuana, ich weiß nicht. Ich trinke Alkohol. Ja. Viele große Parten. Da rauchen Marihuana. Ja. Aber nicht. Das ist normal. Ich rauche viele, viele. Legal, ja. Alles normal. Was ist so das Schlimmste, was Sie hier gesehen haben auf der Straße? Das Schlimmste, was Sie gesehen haben? Hier? Wo Sie dachten einfach nur, wow, heftig. Was ist das Schöne? Ja. Was haben Sie gesehen hier, das Schlimmste? Äh, Straße? Ich weiß nicht. Gucken, hey, Leute, Leute, haben Sie keine Probleme. Keine Probleme? Die Leute leben hier. Gucken, haben Sie alles. Haben Sie alles, keine Probleme. Tschechei. Jetzt, keine Leute Straße. Ja, nur nach Hause. Warte, was ist das? Nächster Tag, ja. Warum? Sie könnten ja Ihre Mutter vielleicht mit nach Deutschland nehmen, oder? Nein, nein, nein. Meine Mutter, wir haben ein großes Haus, viel Geld, alles, ja. Aber Alter, 60 Jahre, weißt du. Ihre Eltern haben aber ein großes Haus und viel Geld. Ja, ja. Und Sie sitzen jetzt auf der Straße in Deutschland. Sollten Sie vielleicht dann nicht besser in Tschechei mit Ihren Eltern leben? Ja, aber gucke, meine Familie warte 20 Jahre. Ich und meine Schwester weg, weißt du. Familie, alles. Und jetzt fahren wir Urlaub, alles, ja. Wer fährt Urlaub? Eltern? Ja, ja. Weißt du, jetzt zweimal, dreimal Jahre. Das ist ja nicht schlimm, dass sie Urlaub fahren. Das heißt ja nicht, dass sie die Kinder kennen. Ja, jetzt gerne. Normaler Kind, das ist für ein Kind, weißt du. Nicht Urlaub. Normaler Urlaub einmal, zwei Jahre. Und jetzt alles Gute, ja. Ich fahre, meine Geld, 2.000 Euro, ja. Und jetzt gut Urlaub, ja. Highland, ja. Weißt du, die Szene. Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Ich? Ich habe Urlaub jetzt in Prag, fahre. Ich gucke, ich spiele Fußball. Ich bin in Belgien, Frankreich, Spanien, Italien. Alles nicht gut. Meine, 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 am besten gucken, Japan, ja. Oder, oder Mitte Amerika. Sie waren schon in Japan? Nein, das ist meine, äh, no. Fünf Jahre später, ja. Ich muss fahren, fahre, Japan oder Mitte Amerika. Mexiko oder etwas. Nur eine. Oder in Südamerika. Nur gucken. Alles in Europa gucken, ja. Schöne. Alles schön. In Russland schön. Wie alt sind Ihre Kinder? Sieben Jahre. Sieben Jahre? Sechs? Sieben. Sie wohnen in Deutschland, die Kinder? Nein, 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 meine Familie. Auch in Tschechei. Ja, ja. Und wann haben Sie die Kinder das letzte Mal gesehen? Zwei Wochen, zwei Wochen. Aber normalerweise viele Mal. Haben Sie die Kinder und die Mutter besucht? Ja, ja, ja. Weißt du, jetzt meine, meine... Sie haben ja vorher die Mutter 17 Jahre lang nicht gesehen. Vorher haben Sie erzählt, ne? Was hat Ihre Mutter denn gesagt, was Sie gesehen haben? Meine Schwester, meine Schwester. Ihre Schwester? Meine Schwester, ja, ja. Sie waren bei Ihrer Schwester? Meine Kinder, meine Schwester. Und Ihre Mutter? Ihre Mutter ist... Ihre Mutter? Ihre Mutter? Ihre Mama? Ihre Mama ist... Nein, deine Mama? Ja. Sie wohnen in Ostrau und meine Schwester 200 Kilometer. Aber was hat Mama gesagt? Warum... Warum warst du so lange weg? Hat sie Mama gesagt? Ja. Ja. Ich sage... Nein, ich telefoniere Mama. Fati. Für Fati. Jetzt fahre nach Hause. Fati, alles Gute, alles Gute. Fati sage, ja, hey, ich bin Idiot. Ja, ich bin... Nicht nur ich weg. Meine Schwester weg. Meine Mutter weg. Und wo lebt Ihre Schwester? Wo lebt Ihre Schwester? In Tschechei. Ja, ja. Aber Ihre Schwester... Nicht zusammen. Nicht zusammen. Aber jetzt, 17 Jahre, alles zurück. Wollen Sie vielleicht an Ihren Vater was sagen? Ja. Meine Vati? Nein, in die Kamera. Warum du bist Idiot? 15 Jahre zurück. Ich muss weg. Ja. Fati sage, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, alles Gute. Was sagst du? Was möchten Sie an Ihren... Er sagt, meine Vati sage, ich will trinken, ich bin Idiot. Muss sagen, ich bin Kind. Weißt du, ich bin nicht Kind. Ich bin jetzt 37 Jahre, ich sage, hey Vati, noch einmal. Meine Mutti sage etwas Falsches, ja. Ich sage, hey, nicht gut. Weißt du, scheiße für meinen Vati. Vati suchen für mich zwei Jahre. Einmal sage, ich bin geklaut, ein Fotoapparat, 10.000 Kronen. Ich sage, ich muss im Knast. Ja. Aber ich bin nicht geklaut, mein Vater nur suchen. Was sagst du? Was muss Vater suchen? Mein Vater suchen, ja. Suchen für mich. Arbeit? Nein, nein. Ich gehe weg und suche, wo... Ah, wo Sie sind. Ja, ja, ja. Ich sage, ich geklaut ein Fotoapparat. Was? Ich bin im Knast, halbe Jahre. Jetzt fahre ich nach Hause, ich bin im Knast. Warte, warte. Ich geklaut ein Fotoapparat. Aber du hast nicht geklaut ein Fotoapparat. Warum sage er? Nur suchen, weißt du. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Probleme verschwinden. Dass Sie keine familiären Probleme mehr haben. Dass alles bergauf geht. Wir machen bisschen Musik. Ja, ja. Choose, wo Sie sind. Also kommen hier für Sie. Ich bin in dem weinen. Dann候げ dich, bin ich. Alleine Schritte. Du bist original Ducea? Nicht original. Eine Kleinigkeit für Sie, alles Gute. Danke schön. Gucken, ich sage nur eine. Leben ist gut, weißt du. Hier ist die Straße. Ich bin hier besser in der Tschechei arbeiten, weißt du. Besser in der Tschechei arbeiten? Ja, in der Tschechei arbeiten nicht gut. Ich bin Baumeister. Ich habe wie viel? 800 Euro, 280 Stunden. 280 Stunden für 800 Euro, das ist extrem wenig. Ja, ich bin Baumeister. Ich muss normal bauen, plus Fakturen machen, plus alles. Ist nicht gut, nicht gut. Hier ist normal ich Baumeister, zwei Jahre, zweieinhalb tausend Euro. Gucken, ich spiele jetzt Oktobarfest. Oktobarfest, eine Woche, 1.000 Euro. Zwei Stunden jeden Tag, ja. München, aber München ist gut, nur Oktobarfest. Oktobarfest ist schön. Gucken, Oktobarfest? Vielleicht. Nein, ich fahre jedes Jahr, super Leute, super alles. Ich war bis jetzt einmal da nur. Viele Leute, glaube ich, Oktobarfest ist teuer, Bier. Ja, Bier teuer, 12 Euro. Aber viele Leute trinken nicht Bier, aber gucken Atmosphäre. Ja, ich fahre viele Leute, wie viel Bier trinken. Kein Bier trinken, nur gucken Atmosphäre, ja, viele Leute. Ja, ich fahre jetzt nur Aktien. Hier werden Silvester, Oktobarfest München oder Prag, ja. Ja, oder jetzt ist Läderischau, nur so. Aber jetzt arbeite ich jede neue Arbeit, Bauernjurte. Am besten. Alles? Dankeschön, Roman. Alles Gute. Dankeschön. Das ist egal, ob wir hier, dass es die Bühne ist. Deutsch ist? Ja. Ja. Ich mache mich nicht. Das ist normal. Das ist normal. Das ist gut. Ich mache mich nicht. Das ist gut. Ich habe mich nicht. Ich mache mich nicht. Ich mache mich nicht. mal hier! Male! Alexanderplatz! Achso, ja! Lass mal filmen! Warte, ich habe... Das haben Sie am Alexanderplatz gemacht? Ja ja ja! Und wer ist das? Das ist mein Freund. Also wie heißt er? Das ist Mira. Auch aus Tschechien? Nein, nein, Slowakei. Er ist Punk, ja? Ja, ja. Warte, noch eine, noch eine. Warte, hier eine. Und Alexander Plasenhoff, hier. Dass ich zusammen wohne. Hier ist meine Freundin Italien. Ja, schön. Ja, das ist am besten Berlin. Ich fahre die Welt am besten. Das ist Meryl Monroe. Und das ist Alexander Balli Galeria. Danke. Alles Gute, Roman. Machst du jetzt Feierabend? Ja, ja, ich muss fahren. Nein, 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 ich muss fahren. Keine Freund. Wir haben viele Hunde. Wir wechseln. Okay, ciao. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017